Der erste Schritt auf dem Weg zum eigenen Videoclip ist das Anlegen eines neuen Premiere Pro Projektes. Das kann ich hier direkt über den Willkommensbildschirm über die Schaltfläche Neues Projekt machen. Im Willkommensbildschirm finde ich noch einige andere interessante Funktionen. Zum Beispiel kann ich hier Tutorials starten, ich sehe die Liste meiner zuletzt verwendeten Projekte oder ich kann hier Projekte aus Premiere Rush importieren. Wir legen als allererstes hier unter Neues Projekt ein neues Projekt an und ich gebe dem mal einen Namen und ich muss sicherstellen, dass wir hier den korrekten Speicherort wählen, also mein Projektspeicherort. Ich habe in den Unterordner Clips hier schon mal einige Videodateien reingelegt und werde jetzt hier diesen Projektordner auswählen. In den allgemeinen Einstellungen muss ich hier eigentlich nur sicherstellen, dass ich den richtigen Renderer benutze. Premiere unterstützt die GPU-Beschleunigung für verschiedene Grafikkarten und dadurch werden dann Effekte schneller. Generell würde ich sagen, kann man hier auf Metal zugreifen am Mac und unter Windows steht CUDA oder OpenCL zur Verfügung. Sollte CUDA dort in der Liste auftauchen, ist es ratsam, diesen Renderer zu benutzen, denn das greift dann direkt auf die Nvidia Grafikkarte zu. Und wenn ich AMD oder andere Grafikkarten zum Beispiel von Intel habe, dann nehme ich meistens OpenCL aus der Auswahl. Die anderen Einstellungen hier in den allgemeinen Einstellungen sind soweit in Ordnung, da braucht man nichts großartig zu ändern, aber interessant sind hier noch die Arbeitslaufhacke. Hier stelle ich auf jeden Fall sicher, dass die korrekten Ordner für die Video- und Audioaufnahmen, wenn ich beispielsweise Sprachaufnahmen machen möchte, ausgewählt sind. Ich habe das persönlich so eingestellt, dass hier immer steht wie Projekt, dann habe ich nachher alles an einem Speicherort, sprich meine Projektdatei und alle Medien- und Arbeitsdateien, die zu diesem Projekt gehören, sind alle sehr schön zusammen in einem Ordner gefasst. Und ganz wichtig bei den Importeinstellungen, hier sollte ich das Häkchen bei Importieren deaktivieren. Das hat den Vorteil, dass Medien nicht nochmal erneut kopiert werden oder Proxys erstellt werden. Wenn man das möchte, dann kann ich das natürlich aktivieren. Das bedeutet, dass ich zum Beispiel von einer Kamerakarte direkt beim Import Medien kopieren kann oder wenn ich mit UHD oder noch hoch aufgelösteren Medien arbeite und mein Computer nicht leistungsfähig genug ist, dann kann ich hier sogenannte Proxys erstellen. Das sind dann niedrig aufgelöste Varianten meiner Mediendateien, die Premiere Pro dann flüssig abspielen kann. In unserem Fall brauchen wir das alles nicht, deswegen schalte ich die Importieren-Schaltfläche ab. Das Dialogfeld muss ich nur noch mit OK bestätigen und dann befinden wir uns in der Programmoberfläche von Premiere Pro. Und hier macht natürlich alles sehr viel mehr Spaß, wenn ich einige Mediendateien importiert habe. Das kann ich dann machen, indem ich hier oben auf Datei gehe. Da finde ich dann den Menüpunkt Importieren und darüber kann ich jetzt einzelne Clips meines Projektes hier ins Premiere Pro laden. Wir nehmen mal hier die ersten vier Clips aus meinen Beispieldateien. Und die tauchen dann hier unten direkt im Projektfenster auf. Standardmäßig befinden wir uns hier in der sogenannten Symbolansicht und ich kann jederzeit zwischen der Symbol- und Listenansicht wechseln. Eine zweite elegante Möglichkeit, Medien zu importieren, kann es sein, dass ich hier zum Beispiel Medien in einem Ordner habe. Und dann kann ich einfach diese anwählen und per Drag & Drop hier in mein Projektfenster rüberziehen. Auch das ist wunderbar möglich. Und als drittes könnte ich noch den Media Browser benutzen. Das ist so ein kleiner Explorer oder Finder, der direkt in die Programmoberfläche von Premiere Pro integriert ist. Sollte der nicht zu sehen sein, dann stellt man mal sicher, dass hier der Bearbeitungsarbeitsbereich ausgewählt ist. Und den kann ich hier zum Beispiel mit einem Klick auf das kleine Menü auf das gespeilte Layout zurücksetzen. Und dann befindet sich der Media Browser eigentlich immer direkt hier hinter dem Projektfenster. Was ich an dem Media Browser sehr schön finde, ist, dass ich hier beispielsweise auf mein Projektverzeichnis zugreifen kann. Und ich kann dieses Verzeichnis zu meinen Favoriten hinzufügen. Auf die Art und Weise habe ich hier auf der linken Seite eine Liste von Favoriten, auf die ich immer schnell wieder zugreifen kann. Jetzt machen wir den Media Browser hier mal ein bisschen größer. Ich kann dafür einen Doppelklick auf das Media Browser Tab machen oder die Taste Ü drücken. Und dann sieht man hier schon kleine Vorschauen und ich kann tatsächlich in einen Clip klicken und den mit der Leertaste schon mal abspielen. Und so kann ich mein Material hier erstmal sichten. Wir nehmen jetzt mal diese vier Clips. Mit gedrückter Umschalttaste wähle ich die nacheinander aus oder alle auf einmal und kann dann hier sagen, Rechtsklick importieren. Auch diese Clips landen dann in meinem Projektfenster Premiere springt dort automatisch wieder zurück. Also jetzt haben wir alle unsere zwölf Clips auf die drei verschiedenen Arten importiert. Also über Datei importieren per Drag & Drop in die Oberfläche aus einem Ordner oder indem ich über den Media Browser meine Dateien importiere. Ein kleiner Tipp in der Listenansicht, wenn ich das Ganze hier ein bisschen größer mache und ich kann beispielsweise hier auch in das Bedienfeldmenü gehen und habe die Möglichkeit, hier auch die Schriftgröße einzustellen, falls mir dieser kleinen Variante etwas zu klein erscheint. Jetzt möchte ich eigentlich nur noch Miniaturen haben und das ist auch der Tipp, den ich meinte. Ich klicke hier einfach in das kleine Bedienfeldmenü und kann hier die Funktion Miniaturen aktivieren und schon sehen wir auch in dieser Listenansicht die kleinen Miniaturen. Die Listenansicht ist praktisch, wenn man zum Beispiel Clips umbenennt. Dafür kann man hier einfach in den Namen reingehen und das wäre jetzt hier mal die Anmoderation. Dann kann ich die Return-Taste drücken, gehe in den nächsten Clip und kann jetzt eben schnell meine Clips benennen. Darüber hinaus finde ich zum Sichten die Symbolansicht, die ich hier unten wechseln kann, auch ganz praktisch. Auch hier kann ich mir das Ganze schön groß machen, sodass ich jetzt hier die Clips sehen kann und wir können mit der Maus drüber fahren, um hier die erste Vorschau zu erhalten. Ich kann jetzt hierbei sogar schon In- und Out-Marken setzen und wir hier sehen, er beginnt ungefähr, hier ist der Schwenk. Dann drücken wir jetzt die Taste I. Das setzt einen sogenannten In-Punkt und wir sehen, er dreht sich hier weg. Die Anmoderation ist vorbei. Ungefähr hier setzen wir jetzt mit der Taste O einen Out-Punkt. Also auch eine sehr schöne Funktion in dieser Ansicht, dass man Material schon mal sichten kann und sortieren kann. Ich kann das hier, wenn ich möchte, mal in eine andere Reihenfolge bringen. Wenn ich mir da sicher bin, dass ich das vielleicht so rum brauche, dann kann ich das jederzeit machen. Natürlich können wir diese Ansichten auch zurücksetzen und hier sagen, ich möchte das gerne nach Name sortiert bekommen. Dann wird mir das hier in der Symbolansicht alles nach Namen sortiert angezeigt. Es gibt noch eine dritte Ansicht, die ist auch bei großen Projekten manchmal sehr praktisch. Das ist die sogenannte Freiform-Ansicht. Hier kann ich mein Material wirklich völlig frei in der Reihenfolge sortieren, wie ich das haben möchte. Wie auf so einem Leuchttisch kann man die einzelnen Clips hier hin und her schieben und kann das als Layout sogar speichern. Wenn ich hier einen Rechtsklick mache, kann ich das als neues Layout speichern und zu jedem Ordner, zu jeder Ablage kann man dann beliebig viele solcher Layouts anlegen. Also auch eine schöne Funktion. Wir gehen mal wieder zurück in die Listenansicht, denn ich möchte ganz gerne mein Material hier in Ordner sortieren. Und zwar möchte ich jetzt alles das, wo gesprochen wird, sprich die Anmoderation, das möchte ich in einem Ordner haben beispielsweise. Oder ich möchte das nach Szenen sortieren. Da gibt es einfach viele verschiedene Vorgehensweisen. Da ich jetzt gar nicht so viele Clips habe, mache ich mir das mal einfach. Ich lege hier einfach eine neue Ablage ab über den Button Neue Ablage. Wir nennen das hier jetzt einfach nur mal Clips. Und wir nehmen jetzt hier alle unsere Clips einfach hier auswählen und ziehen die in die Ablage Clips rein. Jetzt kann man das hier auf- und zuklappen. Bei komplexeren Projekten hat man da natürlich mit diesen Ablagen noch weitere Funktionen, das Material entsprechend so zu sortieren, wie man das gerne braucht. Ein Tipp noch beim Umgang mit diesen Ablagen in den Voreinstellungen von Premiere Pro würde ich hier unter Mac oder Premiere Pro Voreinstellungen finden und unter Windows unter Bearbeiten Voreinstellungen. Wenn ich hier auf den Menüpunkt Allgemein gehe, da gibt es die Möglichkeit zu sagen, wie Premiere mit Ablagen umgehen soll. Was passiert, wenn ich einen Doppelklick auf eine Ablage mache? Standardmäßig wird das als neue Registerkarte geöffnet. Ich habe dann hier nachher für jede Ablage eine Registerkarte. Ich bevorzuge hier die Funktion An Ort und Stelle öffnen. Das habe ich so eingestellt. Das heißt, wenn ich jetzt einen Doppelklick auf die Ablage mache, dann bleibe ich in diesem Fenster und ich kann über diese Schaltfläche hier jederzeit wieder zurück in mein Projekt kommen. Das ist so meine Art, wie ich am liebsten navigiere. Jetzt müssen wir für unser Projekt natürlich noch eine Sequenz anlegen. Dafür nehmen wir jetzt hier mal die Anmoderation, machen einen Rechtsklick auf den Clip und sagen, dass wir aus diesem Clip eine neue Sequenz erstellen wollen. Also hier die Funktion Neue Sequenz aus Clip. Das finde ich alternativ hier oben auch nochmal im Dateimenü, Datei Neu, Neue Sequenz aus Clip. Natürlich kann man auch einfach nur eine Sequenz anlegen. Dann muss ich aber genau wissen, welche Einstellung ich brauche. Das heißt, ich muss kontrollieren, was ist genau mein Drehformat, was sind meine Kameraeinstellungen, damit ich dann hier in den weiteren Einstellungen, nachdem ich die Sequenzvorgabe gewählt habe, die richtige Timebase, das Pixelseitenverhältnis und die richtige Framegröße wähle. Wie gesagt, dieser Schritt lässt sich dadurch abkürzen, dass man einfach sagt, Rechtsklick auf den Clip, Neue Sequenz aus Clip. Dann habe ich hier eine neue Sequenz. Sollte ich die mal nicht wiederfinden in einem sehr umfangreichen Projekt, kann man hier reingehen in das kleine Menü und sagen Sequenz in Projekt anzeigen. Und da sehe ich, die liegt jetzt noch in dem Ordner drin. Ich drücke nochmal die Taste Ü, dann wird das Bedienfeld unter dem Cursor schön groß. Und jetzt kann ich schnell diese Sequenz aus dem Clips-Ordner rausziehen, sodass ich hier den Ordner mit den Clips zumachen kann. Und hier habe ich jetzt meine Sequenz, die ich einfach umbenenne. Das wäre jetzt hier mal für meinen Rohschnitt. Mit Return bestätigen wir das. Doppelklick auf die Sequenz, öffnet die wieder und dann komme ich wieder zurück in die Gesamtoberfläche des Programms. Jetzt habe ich hier noch ein letztes kleines Problem mit diesen Clips, bevor ich dann weiterschneide. Und zwar ist das hier das Kamera-Setup. Als ich die Clips aufgenommen habe, haben wir das als Stereo eingestellt. Das heißt, es ist eine Fotokamera gewesen, die links den einen Kanal und rechts den anderen Kanal aufgenommen hat. Wenn ich das jetzt mal abspiele, können wir jetzt hier, wenn wir die Solo-Funktion im Audiometer benutzen, hören, dass der linke Kanal zwar leiser ist, aber besser klingt als der rechte Kanal. Und das möchte ich natürlich später so im Stereo-Format nicht behalten. Deswegen mache ich jetzt hier mal einen Doppelklick auf die Clips-Ablage, wähle jetzt hier mit STRG bzw. COMMAND A alle Clips aus, mache einen Rechtsklick auf die Clips und kann hier unter Anpassen Audio-Kanäle bestimmen, dass ich hier das Ganze nicht als Stereo-Format behalten möchte. In meinem Fall möchte ich das gerne umschalten auf Mono. Dafür finde ich hier eine Vorgabe. Der Unterschied ist, dass ich jetzt in der Timeline zwei Clips bekomme. Im Clip 1 ist der linke Kanal und im Clip 2 ist der rechte Kanal. Und das kann man natürlich nachher dann viel besser handeln. Das heißt, wenn ich das mal mit OK bestätige, auch nochmal hier bestätige, ich lösche die alte Anmoderation nochmal und ziehe den neuen Clip oder sagen wir mal den korrigierten Clip mit der Anmoderation hier rein, dann sehen wir, wir haben das Ganze jetzt auf zwei Spuren. Und ich kann dann später, ich schalte die Spur mal auf Solo, sehen und hören, dass beide Signale links und rechts identisch sind. Und wenn wir hier rauf gehen, Kanal 2 oder Spur 2, sehen wir das eben auch. Später kann ich mir dann überlegen, welchen der beiden Clips ich behalten möchte, aber so habe ich auf jeden Fall schon mal ein sauberes Signal. Neben den richtigen Projekteinstellungen sollte ich vielleicht auch die Sequenzeinstellungen nochmal kontrollieren, damit ich später bei der Ausgabe keine Überraschung erlebe. Die Projekteinstellungen kann ich übrigens auch jederzeit nochmal ändern. Dafür gehe ich hier auf den Menübefehl Datei und finde dann hier unter Projekteinstellungen die drei Reiter Allgemeine Einstellungen, Arbeitslaufwerke und Importeinstellungen. Also kann ich auch hier im Nachhinein nochmal Änderungen an den Projekteinstellungen vornehmen. Wie gesagt, wir wollen uns jetzt nochmal die Sequenzeinstellungen ansehen. Dafür ist es wichtig, dass ich mein Schnittfenster ausgewählt habe. Und dann finde ich das hier im Menü Sequenz, Sequenzeinstellungen. Die wichtigsten Eigenschaften sind hier die Timebase, die Framegröße und ob ich mit Halbbildern arbeite. Die Timebase sagt, wie viele Bilder pro Sekunde spielt mein Videoclip ab. Je mehr Bilder ich habe pro Sekunde, umso flüssiger ist das Ganze. Generell orientiere ich mich hier an meinem Rohmaterial. Das heißt, in meinem Fall wurde die Bildwiederholrate der Kamera mit 25 Bildern pro Sekunde korrekt übernommen. Oft ist es so, wenn ich Material von Smartphones habe, dass ich hier 29,97 oder 30 Bilder pro Sekunde benutze. Wenn ich mit gemischten Medien arbeite, dann orientiere ich mich an dem, was ich ausgeben möchte. Das heißt, für YouTube beispielsweise könnte ich hier sagen, wir nehmen 30 Bilder die Sekunde. In meinem Fall passt das hier zu meinem Rohmaterial, also lassen wir das. Und die Framegröße passt ebenfalls, das ist die HD-Größe. Ich kann natürlich auch hier jede andere Framegröße eintragen. Wenn ich zum Beispiel quadratisch arbeiten möchte für Instagram, nehme ich hier eine andere Framegröße. In meinem Fall lassen wir das mal auf der HD-Auflösung von 1920x1080. Die Kamera, die ich benutzt habe, hat keine Halbbilder aufgezeichnet. Es gibt Videokameras, die das eben machen. Dann kann ich hier sagen, ich möchte oberes Halbbild zuerst verwenden. Wie gesagt, in meinem Fall ist das eine Kamera, also ein Smartphone oder eine DSLR-Kamera, die ohne Halbbilder aufgezeichnet hat. Und wenn ich hier für Online-Medien, für YouTube, für Vimeo und Co. produziere, dann lasse ich das auch auf keine Halbbilder. Da möchte ich die nicht haben. Die werden eben nur vom Fernseher benötigt. Ja, insofern haben wir unsere Einstellungen hier ja korrekt schon vorgefunden. Premiere hat also alles richtig eingestellt. Deswegen kann ich den Dialog jetzt einfach mit OK bestätigen. Und jetzt kann ich mit dem Schnitt loslegen. Wir haben in diesem Tutorial gesehen, wie man ein Projekt anlegt, wie man Medien importiert und welche wichtigen Programm-, Projekt- und Sequenzeinstellungen es gibt. Im nächsten Tutorial können wir jetzt sehen, wie man in Premiere Pro einen Rohschnitt zusammenstellt. Und jetzt kann ich mit dem Schnitt loslegen.